Warum denn? Hallihallo, liebe Kasper und Kasperinnen. Ich bin der Arbeitsbully und die Leute sagen immer gar nichts, denn ihr wisst ja bei diesem Overlay, sagen die Leute nichts. Einer hat aber was gesagt, nämlich die Märchenmathilde. Die hat vorhin angerufen und hat mir was erzählt. Sie hat nämlich auf dem Dachboden eine Kiste entdeckt. Die haben 1850 die Krims dort versteckt. Darin lagen viele Märchen aus der guten alten Zeit und oben... Moment mal. Ja, wie kommt mir das bekannt? Irgendwas stimmt da nicht. Auf jeden Fall hat sie Märchen entdeckt. Das kannte ich absolut noch gar nicht. Das hat das also nicht in die Riege der Märchen geschafft, die so allgemein bekannt sind. Dafür gibt es dann auch ein paar Gründe. Und ich würde mal sagen, wir hören es uns an und überlegen uns, woran es wohl liegt, dass das Märchen eher unbekannt ist. Äh, Mathilde, fängst du wieder an? Die Weiße Schlange Ah, seht ihr allein schon der Titel? Es sagt mir gar nichts. Es ist nun schon lange her, da lebte ein König, dessen Weisheit im ganzen Lande berühmt war. Nichts blieb ihm unbekannt und es war, als ob ihm Nachricht von den verborgensten Dingen durch die Luft zugetragen würde. Ah, ja. Gut, der König hieß wahrscheinlich Erich Honecker und diese Luft war Mielke. Oder es geht wohl um die DDR, glaube ich. Er hatte aber eine seltsame Sitte. Dann frag doch mal in der Küche. Also, der Koch, der das zubereitet hat, der dürfte so in etwa wissen, was drin ist, denke ich mal. Oder hat der König was selbst gekocht, hat es in die Schüssel zugedeckt, hat es weggestellt, hat zum Diener gesagt, bring er mir das nachher zum Nachtisch. Aber schau er nicht hinein, denn sonst wird er einen Prügelnausschmiss bekommen, der sich gewaschen hat. Das wäre ja komplett bescheuert. Also hat garantiert irgendjemand für ihn gekocht. Dann fragt man halt den. Das hatte schon lange Zeit gedauert. Da überkam eines Tages den Diener, der die Schüssel wieder wegtrug, die Neugierde, dass er nicht widerstehen konnte, sondern die Schüssel in seine Kammer brachte. Ja, äh, okay, also der König hat gegessen. Der Diener trägt die Schüssel weg. Wo bringt er sie normalerweise hin? Wird die versiegelt irgendwie weggeworfen, wird die in einem Salzstock eingebuddelt oder normalerweise kippt man die doch aus und wäscht sie ab, damit man die am nächsten Tag wieder benutzen kann. Also wenn da noch Reste drin sind, spätestens dann weiß man doch in etwa, was drin ist. Finde ich alles sehr seltsam. Als er die Tür sorgfältig verschlossen hatte, hob er den Deckel auf und da sah er, dass eine weiße Schlange darin lag. Okay. Na gut, da hat er wohl beim Asiaten bestellt. Bei ihrem Anblick konnte er die Lust nicht zurückhalten, sie zu kosten. Er schnitt ein Stückchen davon ab und steckte es in den Mund. Gut. Ja, warum auch nicht, wenn man neugierig ist. Aber warum hat der König eigentlich nicht aufgegessen? Wenn da noch eine ganze Schlange drin liegt oder waren da vorher mehrere Schlangen drin? Das ist alles sehr seltsam. Kaum aber hatte es seine Zunge berührt, so hörte er vor seinem Fenster ein seltsames Gewisper von feinen Stimmen. Er ging und horchte, da merkte er, dass es die Sperlinge waren, die miteinander sprachen und sich allerlei erzählten, was sie im Felde und Walde gesehen hatten. Der Genuss der Schlange hatte ihm die Fähigkeit verliehen, die Sprache der Tiere zu verstehen. Das klingt, glaube ich, cooler, als es in Wirklichkeit ist. Ich meine, klar, wenn man jetzt versteht, was das Haus hier sagt, das ist schon toll. Aber, ja, stellt euch mal vor, da fliegen nachts Fledermäuse ums Haus. Und man hört die ganze Zeit das Gebrüll, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich. Das ist doch nervig, da kriegst du doch kein Auge mehr zu. Nun trug es sich zu, dass gerade an diesem Tage der Königin ihr schönster Ring fortkam und auf den vertrauten Diener, der überall Zugang hatte, der Verdacht fiel, er habe ihn gestohlen. Der König ließ ihn vor sich kommen und drohte ihm unter heftigen Scheldworten, wenn er bis morgen den Täter nicht zu nennen wüsste, so sollte er dafür angesehen und gerichtet werden. Was ist das denn für eine unfassbar bescheuerte Regelung? Also erst mal König. Du bist König, du solltest der professionelle Ermittler für sowas halten. Das lohnt sich. Das ist viel besser, wenn das ein Profi macht, der das auch kann, als wenn man jetzt irgendwie einem Diener sagt, such du mal einen Dieb. Der weiß doch gar nicht, wie man das macht, wie man Verhör führt. Und wenn du noch dazu davon ausgehst, dass der Diener der Dieb ist, dann kann man damit rechnen, dass der auch die Beute hat. Und was wird er jetzt wohl machen? Also mal angenommen, er wäre der Dieb, was würdet ihr in der Situation machen? Doch garantiert zu irgendeinem anderen gehen, dem die Beute in die Tasche schmuggeln und sagen, aha, ich habe ihn erwischt. Dann baumelt er morgen früh am Baum und man selbst ist plötzlich der Held, weil man ja den bösen Dieb erwischt hat. Das wäre eigentlich eine Idee für eine Beförderung. Es half nichts, dass er seine Unschuld beteuerte, er ward mit keinem besseren Bescheid entlassen. In seiner Unruhe und Angst ging er hinab auf den Hof und bedachte, wie er sich aus seiner Not helfen könne. Da saßen die Enten an einem fließenden Wasser friedlich nebeneinander und ruten, sie putzten sich mit ihren Schnäbeln glatt und hielten ein vertrauliches Gespräch. Der Diener blieb stehen und hörte ihnen zu. Das war ein vertrauliches Gespräch, mein lieber Diener. Also da hört man nicht zu, die wollen sich mal privat unterhalten. Das geht vielleicht um Dinge, die gehen nicht überhaupt nichts an. Die tauschen vielleicht Telefonnummern aus oder so. Sie erzählten sich, wo sie heute Morgen allherumgewackelt wären und was für gutes Futter sie gefunden hätten. Da sagte eine verdrießlich, mir liegt etwas schwer im Magen. Ich habe einen Ring, der unter der Königin Fenster lag, in der Hast mit hinuntergeschluckt. Ja, warum macht sie denn sowas? Die essen doch normal gar keine Ringe. Da packte sie der Diener gleich beim Kragen, trug sie in die Küche und sprach zum Koch, schlachte doch diese ab, sie ist wohlgenährt. Ja, sagte der Koch und wuchs sie in der Hand. Die hat keine Mühe gescheut, sich zu mästen und schon lange darauf gewartet, gebraten zu werden. Ja, garantiert. Die hat auf jeden Fall drauf gewartet. Jeden Morgen ist sie aufgestanden und sagt, hoffentlich geht es heute endlich ab in den Ofen. Auf jeden Fall, mein lieber Koch. Doch, doch, doch. Red dir da nichts ein. Du hast schon recht. Er schnitt ihr den Hals ab und als sie ausgenommen ward, fand sich der Ring der Königin in ihrem Magen. Der Diener konnte nun leicht vor dem König seine Unschuld beweisen. Und da dieser sein Unrecht wieder gut machen wollte, erlaubte er ihm, sich eine Gnade auszubitten und versprach ihm die größte Ehrenstelle, die er sich an seinem Hofe wünschte. Ja, er durfte jetzt quasi die Urlaubsvertretung der gekillten Ente spielen, glaube ich, oder so ähnliches. Der Diener schlug alles aus und bat nur um ein Pferd und Reisegeld, denn er hatte Lust, die Welt zu sehen und eine Weile darin herumzuziehen. Ja, so zwei Jahre lang, Pferd, Bluestaffel, das kennt man irgendwo her. Als seine Bitte erfüllt war, machte er sich auf den Weg und kam eines Tages an einem Teich vorbei, wo er drei Fische bemerkte, die sich im Rohr gefangen hatten und nach Wasser schnappten. Obgleich man sagt, die Fische wären stumm, so vernahm er doch ihre Klage, dass sie so elend umkommen müssten. Weil er ein mitleidiges Herz hatte, so stieg er vom Pferde ab und setzte die drei Gefangenen wieder ins Wasser. Och, das ist jetzt aber mal nett von ihm. Sie zappelten vor Freude, streckten die Köpfe heraus und riefen ihm zu, wir wollen dirs gedenken und dirs vergelten, dass du uns errettet hast. Ja, okay, was soll jetzt ein Fisch großartig machen? Der kann ja schlechten Check ausschreiben oder so. Aber es ist doch auch ein netter Zug. Man muss ja nicht immer eine Gegenleistung erwarten oder fordern, wenn man jemandem mal hilft. Man kann doch auch einfach mal jemandem helfen, weil er Hilfe braucht. Er ritt weiter und nach einem Weilchen kam es ihm vor, als hörte er zu seinen Füßen in dem Sand eine Stimme. Er horchte und vernahm, wie ein Ameisenkönig klagte, wenn uns nur die Menschen mit den ungeschickten Tieren vom Leib blieben. Da tritt mir das dumme Pferd mit seinen schweren Hufen meine Leute ohne Barmherzigkeit nieder. Liebe Krims, Ameisenkönige, also männliche, das gibt es eigentlich gar nicht. Die Ameisen, das sind fast alles Mädels. Es gibt zwar männliche Ameisen, ganz wenige, die flattern dann mal kurz rum und dann wird quasi eine Ameisenkommune aufgemacht und dann ist es auch schon wieder fertig mit Ameisen. Also das war wahrscheinlich eine Königin. Vielleicht hatte die ein bisschen einen Brummbass, deswegen hielt er sie für einen König oder vielleicht auch ein leichter Damenbart. Man weiß es ja nicht. Ich meine, so eine Ameise ist ja auch kleiner und vom Pferd aus ist schon ein Stück weiter. Wenn du dann als Diener nicht so gut siehst, kannst du vielleicht auch den Unterschied nicht so gut erkennen, würde ich mal sagen. Er lenkte auf einen Seitenweg ein und der Ameisenkönig rief ihm zu, wir wollen das gedenken und das vergelten. Der Weg führte ihn in einen Wald und da sah er einen Rabenvater und eine Rabenmutter, die standen bei ihrem Nest und warfen ihre Jungen heraus. Fort mit euch, ihr Galgenschwingel, riefen sie, wir können euch nicht mehr satt machen, ihr seid groß genug und könnt euch selbst ernähren. Okay. Das ist ja... Okay. Da kommt also der Begriff Rabenmutter her. Wahrscheinlich. Wobei das eigentlich nicht stimmt. Raben sind sehr gute Eltern. Also zu ihren eigenen Jungen. Warum haben die den Jungen nicht einfach gesagt, kommt, wir gehen in den Wald und schlagen Holz, ihr legt euch ans Feuer und schlaft. Gut, das hat bei Hensel und Gretel auch nicht funktioniert. Nee, okay, dann schmeißt sie einfach raus. Oder von meinem Grundstück, das passt schon. Die armen Jungen lagen auf der Erde, flatterten und schlugen mit ihren Fittichen und schrien, wir hilflosen Kinder, wir sollen uns selbst ernähren und können noch nicht fliegen. Was bleibt uns übrig, als hier hungers zu sterben? Och je, die Armen. Oh nee, kleine Minivögel. Da stieg der gute Jüngling ab, tötete das Pferd mit seinem Degen und... Bitte was? Wie bitte? Also, bis eben habe ich den für einen netten, gut, halbwegs netten, tierlieben Typen gehalten. Wenn er wirklich nett und tierlieb gewesen wäre, hätte er der Ente natürlich ein Abführmittel gegeben oder ein Brechmittel. Oder er, wenn er zum Tierarzt hat gesagt, mach mal ein Röntgenbild davon, das Röntgenbild zeige ich dem König, sag hier, guck, da ist der Ring drin, bis morgen hat er vor allem auf natürlichen Weg erledigt, ist doch alles Tutti. Der Idiot messert sein Pferd weg, damit drei Babyraben was zu futtern haben. Ist der komplett bescheuert? Jetzt müssten eigentlich die Eltern vom Pferd kommen und sagen, na, das wollen wir dir aber jetzt mal vergelten. Und dann geht's mit den Hufen, aber kräftig. Überließ es den jungen Raben zum Futter. Die kamen herbeigehüpft, sättigten sich und riefen, wir wollen das gedenken und das vergelten. Wie viel frisst wohl so ein Babyraben? Wie viel wiegt so ein Pferd? Junge, warum hast du die Raben nicht einfach mit aufs Pferd genommen? Die sind noch klein. Und wenn du irgendwo einkehrst zum Essen, dann bestellst du halt ein kleines bisschen mehr und gibst den kleinen Vögeln was ab. Und irgendwann sind sie groß, dann lernen sie fliegen, dann können sie selbst sich was zu Futter besorgen. Ist doch wunderbar. Da muss man doch nicht das eigene Pferd... Ist der blöd? Meine Güte! Also jetzt mal ernsthaft. Er musste jetzt seine eigenen Beine gebrauchen. Ja, hätte er mal vorher seinen Kopf gebraucht, müsste er jetzt nicht die Beine gebrauchen. Und Junge, ich sag dir mal was. Hoffe, dass dir jetzt keine Tiere mehr begegnen, sonst muss ich dir nämlich die Stelzen absäbeln. Wobei, verdient wär's. So ein Trottel, so ein Blöder. Und als er lange Wege gegangen war, kam er in eine große Stadt. Da war großer Lärm und Gedränge in den Straßen und kam einer zu Pferde und machte bekannt. Die Königstochter suche einen Gemahl. Wer sich aber um sie bewerben wolle, der müsse eine schwere Aufgabe vollbringen und könne er es nicht glücklich ausführen, so habe er sein Leben verwirkt. Ja, gut, dann würde ich sagen, such mal schön weiter und ich bin dann mal in der nächsten Stadt. Viele hatten es schon versucht, aber vergeblich ihr Leben daran gesetzt. Der Jüngling, als er die Königstochter sah, ward er von ihrer Schönheit so verblendet, dass er alle Gefahr vergaß, vor den König trat und sich als Freier meldete. So ein Idiot. Junge, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Also, okay, das ist auch einer, der sein Pferd wegmessert, weil drei Babyraben Hapa brauchen. Junge, du weißt doch gar nichts von der Königstochter. Die ist vielleicht vom Charakter her die letzte Schabracke. Es ist doch schon ein leichter Hinweis drauf, dass sie nur den heiraten will, der diese gefährlichen Aufgaben vollbringt und wer das nicht schafft, der ist Dote. Die will sich doch nicht mal vorher mit den Leuten unterhalten, gucken. Versteht man sich? Nö, da geht es nur darum. Ja, hier, drei Aufgaben, dann okay, ansonsten Exitus. Die hat doch auch nicht mehr alle Strahlen an der Sonne. Gut, da passt der zusammen, aber so sucht man sich doch keinen Partner. Jetzt mal unter uns. Das geht doch auf Dauer nicht gut. Was kommen da für Kinder raus? Alsbald ward er hinaus ans Meer geführt und vor seinen Augen ein goldener Ring hineingeworfen. Dann hieß ihn der König, diesen Ring aus dem Meeresgrund wieder hervorzuholen. Ah, wer wagt es, knapp, was man oder nicht, zu tauchen in diesen Schlund? Oder so ähnlich. Und fügte hinzu, wenn du ohne ihn wieder in die Höhe kommst, so wirst du immer aufs Neue hinabgestürzt, bis du in den Wellen umkommst. Alle bedauerten den schönen Jüngling und ließen ihn dann einsam am Meere zurück. Er stand am Ufer und überlegte, was er wohl tun sollte. Da sah er auf einmal drei Fische daher schwimmen, und es waren keine anderen als jene, welchen er das Leben gerettet hatte. Der Möchel Moment mal, Moment. Kam der vorhin am Meer vorbei? Nee, vorhin kam der an einem Teich vorbei. Wie kommen diese drei Fische von einem Teich jetzt ins Meer? Ja, und was für eine Fischart ist das, die mit Süßwasser und mit Salzwasser klarkommt? Okay, Lachse können das, ich glaube, Aale können das, glaube ich, auch. Aber es sind doch eher wenig Fischarten, die das können. Wie kommen die vom Teich ins Meer? Kannst du mir das mal verraten? Wurden die von den drei Raben rübergeflogen, oder was? Also das ist doch... Hör doch mal auf, halt. Also so langsam wird die Story ein bisschen unrealistisch. Am mittelsten hielt eine Muschel im Munde. die er an den Strand zu den Füßen des Jünglings hinlegte. Und als dieser sie aufhob und öffnete, so lag der Goldring darin. Oh, schön. Und keine Perle? Das hätte ich reklamiert. Oh, nee, hätte ich reklamiert. Nö, geht ja noch mal runter und bringt mir auch eine Perle mit. Also wenn schon, denn schon. Voll Freude brachte er in dem Könige und erwartete, dass er ihm den verheißenen Lohn gewähren würde. Die stolze Königstochter aber, als sie vernahm, dass er ihr nicht ebenbürtig war, verschmähte ihn und verlangte, er sollte zuvor eine zweite Aufgabe lösen. Ähm, ja, nee, Moment mal. Das war so nicht ausgemacht. Eine Aufgabe, dann wird gepudert. Die kann doch nicht einfach nachträglich einen Vertrag ändern. Ich glaube, es hat Jungen in deren Anwalt. Sie ging hinab in den Garten und streute selbst zehn Säcke voll Hirse ins Gras. Die muss er morgen, ehe die Sonne hervorkommt, aufgelesen haben, sprach sie und darf kein Körnchen fehlen. Okay, und wer zählt nach, ob das alle waren? Machst du das selbst, Prinzessin? Hast du vorher gezählt, wie viele das waren? Hm? Der Jüngling setzte sich in den Garten und dachte nach, wie es möglich wäre, die Aufgabe zu lösen, aber er konnte nichts ersinnen, saß da ganz traurig und erwartete bei Anbruch des Morgens zum Tode geführt zu werden. Als aber die ersten Sonnenstrahlen in den Garten fielen, so sah er die zehn Säcke alle wohl gefüllt nebeneinander stehen und kein Körnchen fehlte darin. Okay, also von einem Moment auf den anderen waren die Säcke voll. Gut. Der Ameisenkönig war mit seinen tausend und tausend Ameisen in der Nacht angekommen und die dankbaren Tiere hatten den Hirse mit großer Emsigkeit gelesen und in die Säcke gesammelt. Ja, das war doch mal ein netter Zug und scheinbar haben sie das auch sehr leise gemacht und sehr schnell, damit unser selten dämlicher Jüngling gar nicht mitbekommt. Und da hat er so einen tiefen Schlaf. Der König muss ja auch den Leuten, also seinen Mitarmen meistens sagen, was zu tun ist. Die Königstochter kam selbst in den Garten herab und sah mit Verwunderung, dass der Jüngling vollbracht hatte, was ihm aufgegeben war. Aber sie konnte ihr stolzes Herz noch nicht bezwingen und sprach, hat er auch die beiden Aufgaben gelöst, so soll er doch nicht eher mein Gemahl werden, bis er mir einen Apfel vom Baume des Lebens gebracht hat. Äh, darf's noch was sein? Äh, Holodeck oder? Der Baum des Lebens, der steht doch im Paradies. Da kommt man doch gar nicht mehr hin. Die haben doch geschlossen. Da hat sie doch als Mensch Hausverbot. Wie soll denn das gehen? Der Jüngling wusste nicht, wo der Baum des Lebens stand. Er machte sich auf und wollte immer zugehen, solange ihn seine Beine trügen, aber hatte keine Hoffnung ihn zu finden. Als er schon durch drei Königreiche gewandert war und abends in einen Wald kam, setzte er sich unter einen Baum und wollte schlafen. Da hörte er in den Ästen ein Geräusch und ein goldener Apfel fiel in seine Hand. Zugleich flogen drei Raben zu ihm herab, setzten sich auf seine Knie und sagten, Wir sind die drei jungen Raben, die du vom Hungertod errettet hast. Als wir groß geworden waren und hörten, dass du den goldenen Apfel suchtest, so sind wir über das Meer geflogen bis ans Ende der Welt, wo der Baum des Lebens steht und haben dir den Apfel geholt. Okay, also am Baum des Lebens wachsen Äpfel aus Gold. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, weil die kann man ja nicht so wirklich essen, oder? Also Gold liegt, glaube ich, sehr schwer im Magen. Frag mal die Ente von ganz am Anfang. Die hat den goldenen Ring verschluckt und frag sie einfach mal, wie es ihr bekommen ist. Also war nicht so besonders gut am Ende. Schön wäre, wenn jetzt plötzlich ein Pferd kommt, ihm den Apfel aus der Hand tritt und sagt, und ich bin der Bruder von dem Pferd, dass du Trottel mit deinem Degen gekillt hast. Sieh mal zu. Aber wahrscheinlich, das arme Pferd wird komplett vergessen. Voll Freude machte sich der Jüngling auf den Heimweg und brachte der schönen Königstochter, der nun keine Ausrede mehr übrig blieb, den goldenen Apfel. Sie teilten den Apfel des Lebens und aßen ihn zusammen. Wie denn, der war aus Gold? Na gut, teilen kann man, den Gold ist relativ weich, also mit einer guten Säge hast du da gar kein Problem mit, aber wie willst du Gold essen? Lutscht der abends am Goldbarren oder was? Da ward ihr Herz mit Liebe zu ihm erfüllt. Ach, jetzt auf einmal. Und sie erreichten in ungestörtem Glück ein hohes Alter. Ja, wenn sie in ungestörtem Glück den hohen IQ erreicht hätten, wäre es vielleicht besser gewesen, weil die waren ja beide nicht mehr so ganz knusper. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum. gerade die Könige, Prinzen und Prinzessinnen im Märchenreis so bescheuert sind, die haben einfach die Leute genommen, die wirklich so hammelblöd sind, dass sie für gar keinen Schub verwenden kannst, einfach auf den Thron gesetzt haben und gesagt, da setz dich hin, da kannst du nichts kaputt machen und lass uns vernünftigen Leute die Arbeit machen, dann funktioniert das, stelle ich mal vor. Da ist ein Vernünftiger und ist König und die Trottel arbeiten. Der gibt dann Befehle, baut mal hier eine Brücke und ja, was machen Trottel, wenn sie eine Brücke bauen sollen? Auf jeden Fall keine Brücke. Also, ich glaube langsam, die Krims waren nicht immer ganz nüchtern, wenn sie dieses Zeug aufgeschrieben haben. Das haben sie sicherlich ausgedacht. Das waren ja diese jungen Frauen, die sie quasi mit geistigen Getränken dazu gebracht haben, ihnen das zu erzählen, was ihnen selbst mal erzählt wurde. Ich glaube, die haben das alles nicht mehr so ganz mitbekommen. Das war so ein bisschen wie stille Brust. In der Originalfassung war das doch wahrscheinlich komplett anders. Kann mir jedenfalls nicht erzählen. So ein Märchen soll doch auch irgendwie lehrreich sein. Das soll den Menschen was, irgendwas beibringen. Was bringt uns das bei? Wenn du Tiere sprechen hörst, dann ist das normal? Wenn du einen goldenen Apfel siehst, beiß rein? Nee. Nee, ernsthaft. Ich würde sagen, darüber machen wir jetzt alle uns unsere Gedanken. Oder wir lassen es sein. Auf jeden Fall war es das mit dem Märchen für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Möge das mit mit euch sein.